Die Fahrbahn im Bahnhof Zürich-Giershübel hat ihre Nutzungsdauer erreicht und muss erneuert werden. Von Freitag, 1. Oktober bis Sonntag, 24. Oktober, Betriebsschluss, sind darum die Strecken zwischen Zürich Hauptbahnhof und Zürich Binz sowie Zürich Hauptbahnhof und Zürich Saalsporthalle in beiden Richtungen unterbrochen. Die Züge verkehren während dieser Zeit zwischen Zürich Binz und dem Uetliberg im 20-Minuten-Takt. Reisenden nach Uetliberg wird empfohlen, mit der SBB nach Zürich-Wirdikon und von da mit der Buslinie 76 zur SZU-Station Binz zu reisen oder beim Hauptbahnhof die Tramlinie 14 in Richtung Zürich-Triumli zu benutzen, von wo sie mit der Uetlibergbahn S10 auf den Uetliberg gelangen. Weitere Reisemöglichkeiten sind im Online-Fahrplan auf www.zvv.ch ersichtlich. Auskünfte erteilt der Kundendienst ZVV-Kontakt unter 0848 988 988. Infos zum Bauprojekt und den Hintergründen finden Sie auf unserer Webseite www.szu.ch. Die SZU wünscht Ihnen einen erholsamen Aufenthalt auf dem Zürcher Hausberg.